Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die Logik der Frau. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Jetzt suchen Sie ihn, ey! Ich will Felgelein sehen! Sofort! Wie bitte? Was soll das heißen? Sie können Felgelein nicht finden. Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Dad! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Mit dem Angriff Steiner wird das alles in Ordnung kommen. Ich verbitte mir diesen Ton! Ja, vielleicht schon dort! Bringt Sie mir Felgelein! 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 Ja, und? Das ist der schlimmste Verrat von allen! Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Ja, 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 ja! Ja, vielleicht schon dort! Der Treueste, der Treu! Sie sollten auf der Bühne stehen, wenn der Vorhang fällt. Was meinen Sie? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Dort! Ja, 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 ja! Dort! Ja, vielleicht schon dort! Ja, 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 ja! Dort! Felgelein! Felgelein! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Ja, 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 ja! Ja, vielleicht schon dort! Der Treue ist nicht der Treue. Ja, ja, ja! Untertitelung des ZDF, 2020